Ja. Ja. Der Käpt'n von Amerika. Der Käpt'n von Amerika. Der Käpt'n von Amerika. Ich bin der Thor. An einem Ort wie diesem hätte ich dich nicht erwartet. Midgards Zauberei hat mich schon immer interessiert. Und der königliche Schamane ist ziemlich unterhaltsam. Stört es ihn nicht, wenn du seine ganzen Sachen durchwühlst? Was? Natürlich nicht. Wir sind bereits beste Freunde. Sind wir nicht. Okay, ich... Lass dich mal weitermachen. Das wäre wohl das Beste. Ja. Sei ehrlich. Du wolltest nur den Anzug vorführen. Wie üblich habe ich nicht die leiseste Ahnung, wovon du sprichst. Ich erkenne die Avengers als Verbündete von Wakanda an. Lass mich Teams zu den korrumpierten Orten schicken. Nimm die Dora Milaje mit, wenn du gegen AIM vorgehst. Stürze dich ausnahmsweise mal nicht halsüberkopf in die Gefahr, okay? Ich bin nicht nur ein König auf einem Thron. Ich bin der Black Panther. Dann zeig uns, dass du beides sein kannst. Ich würde gerne mehr von Wakanda sehen, sobald wir mit Klaue fertig sind. Du bist und bleibst ein Tourist. Haha, ein Tourist? In Asgard nennen wir das Abenteurer. Es ist eine Notfallübertragung. Das ist so geil. Schließt du dich uns an, Geliebter? Es wäre mir eine Ehre. Geliebter? So nennen Dora Milaje ihren Penta. Jetzt wieder mit Bahn fahren. Teilen Sie die Turbulenzen, Hoheit. Ich mache mich noch mit Ihrem kleinen Netzwerk vertraut. Ist das der Mann, der sich für den General einer Privatarmee hält? Diese Dinger sind nicht leicht loszuwerden. In der Tat.